hallo meine lieben wieder hier beim küchenprojekt also was ich als nächstes gemacht habe war oder besser gesagt machen lassen habe war der herd wurde entfernt und die platte vom spülgerät und der nächste step wird sein dieses teil auszubauen da brauche ich ein installateur es gibt gewisse dinge die kann ich nicht ja die muss man abgeben so das war es auch schon das ist ganz ein kurzes video und nur damit ihr die reihe nach erfahrt wie es angegangen bin und warum weshalb warum sage ich euch auch noch weil für die epoxy beschichtung muss ich hier komplett abdecken natürlich diese fettrechte die durch das aluminium da unten rein gewonnen sind alle entfernen anschleifen und ich tue mir da natürlich um einiges leichter wenn das entfernt ist und natürlich die platte brauche ich nicht nur um sie zu beschichten sondern um diese teile hier zu lackieren weil es sind so zentimeter teilchen die man dann sieht und nachdem meine küche schwarz wird ihnen ganz ungewöhnlich aber ja ich mache sie schwarz wäre das für mich sehr ungünstig würde da noch irgendwas durchblitzen so das war's also bis zum nächsten video danke fürs zusehen tschüss das war's so auf gut zure 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 Untertitelung des ZDF, 2020